Stadtentwicklung und Wirtschaft passt deshalb gut zusammen, weil eine Stadt ist immer originär ein ökonomisches System gewesen und zu einer guten Stadt gehört auch, dass es Orte gibt, in dem gewirtschaftet wird. Nicht nur Handwerker, sondern auch Industrie bis zu Künstlern. Also die ganzen unterschiedlichen Wirtschaftssegmenten sind wichtige Bestandteile der Stadt und man sollte nicht nur über Grünflächen und Wohnen nachdenken, wenn man über Stadtentwicklung spricht. Und manchmal oder viele Jahre in Berlin hatte man immer das Gefühl, dass alles was mit Wirtschaft zu tun hat, irgendwie im Orbit war oder ganz weit weg oder böser Kapitalismus oder irgendwas in der Art. Und jetzt kommt man auf einmal dazu, dass Gewerbeflächen, Atelierflächen, all das ganz, ganz knapp geworden sind und die gemischte Stadt verloren geht und wir uns Dinge überlegen müssen, wie man das jetzt einfach ausfangen muss. Und deshalb ist der Stadtwirtschaft ganz, ganz wichtig. Städtebauliche Strategien sind bestimmt, dass man zum einen ein sehr, sehr sorgfältiges Flächenmanagement anstreben sollte. Also die Stadt sollte wissen, welche Flächen sie hat, welche sie noch erwerben kann, ob das vom Bund oder von der Bahn oder von Privaten sind. Das ist ganz, ganz unwichtig. Wichtig ist, eine Bilanz zu haben, was haben wir und was kann in welcher Weise aktiviert werden. Im nächsten Punkt muss eine Stadt eine ordentliche Liegenschaftspolitik machen, meiner Meinung nach. Es braucht einen politischen Grundkonsatz, ob Boden handelbare Ware ist oder bis zu welchem Prozentsatz Boden handelbare Ware ist und welchen Prozentsatz man auch zu anderen Preisen an andere Akteure geben kann. Und das Dritte ist, dass wir uns vielleicht über Dichte und über Mischungen anders unterhalten müssen. Gerade läuft der wunderbare Vortrag des Kollegen aus London. Er hat in den letzten zehn Minuten ein Feuerwerk abgeschossen von Typen, wie er es nennt, nämlich von integrierten Modellen, wo sogar Industrie und Wohnen miteinander kombiniert wird. Aldi hat jetzt einen neuen Typus von Supermarkt mit Wohnen oben drüber entwickelt. Also hier gibt es noch ganz, ganz viel zu tun für Stadtplaner und Architekten, vielleicht eine andere Dichte und wieder an einer anderen Mischung zu arbeiten. Also da sind 30.000 neue Jobs entstanden. Jedes fünfte Unternehmen in Berlin ist ein Unternehmen der Kreativwirtschaft und diese Unternehmen sind darauf angewiesen, einigermaßen bezahlbare Mieten zu haben. Sonst geht sich die ganze Wirtschafterei einfach nicht aus. Ich glaube, dass es ein Mix werden wird zwischen Unternehmen, die auch etwas an den Stadtrand gehen werden. Berlin ist zum Glück polyzentrisch und warum sollte man auch nicht in Schöneweide vielleicht in Zukunft ein fantastisches Atelier oder Büroräume haben, vorausgesetzt die Infrastruktur passt. Also man muss einfach herkommen und die öffentlichen Nahverkehr, Fahrradwege und so weiter müssen an einen solchen Ort führen. Und im inneren Bereich dürfen solche Dinge wie der Verkauf der GSG und so weiter eigentlich nicht mehr vorkommen. Also mehr Achtsamkeit, besseren Handel und ein Mix im Instrumentenkoffer, was mit einer sorgfältigen Abwägung was gehen kann. Bis zum nächsten Mal.